Bitte begrüßen Sie auf der Bühne einen von Hollywoods hellsten Sternen, Philadelphias Begrüßt! Kiss! Kiss! Hat Ihr Motherfucker bereit für einen geilen August? Was geht ab, Lilly? Smiling Faces, Smiling Faces, tell us Dein Bruder und seine Jungs sind Backstage. Carlton benimmt sich mal wieder wie Carlton. Da ist er ja, da bist du ja. Das ist ein Toast auf meinen kleinen Bruder, der immer hinter mir steht. Muss toll sein, wenn man prominent ist. Was denn los, Mann? Wir stecken in der Scheiße. In was für einer Scheiße? Entschuldigung, Sir, diese Detectives hier würden gerne mit Ihnen sprechen. Vor sieben Stunden warst du noch der witzigste Superstar. Und jetzt bist du einfach mal am Arsch. Hast du noch irgendwelche Geheimnisse? Steckst du in Schwierigkeiten? Suchen dich die Bullen? Du wirst uns jetzt begleiten. Alles, wofür ich hart gearbeitet habe, ist zerstört. Vielleicht gibt's noch einen Weg. Ich erledige das. Wieso habe ich immer, wenn du das sagst, das Gefühl, noch mehr Schwierigkeiten zu bekommen? Ich meine, wer will schon gerne klein gehalten werden? Manchmal haben die Leute einfach die Schnauze voll davon. Scheiße! Ich habe viel mehr zu verlieren, als nur meine Karriere. Unser nächster Schritt muss clever sein. Ich sage dir, die Wahrheit ist in die Augen, weil die Augen nicht leiden. Ich sage dir, die Wahrheit ist in die Augen, weil die Augen nicht leiden. Sie machen. Es ist in die Augen. Ich sage dir, dass ich es nicht schlauze. Ich sage dir, die Augen nicht leiden, aber ich sage dir, ich sage dir, die Augen nicht leiden. Ich sage dir zu dir,